Musik Mit einem Kompositionsauftrag für ein Werk auf historischem Instrumentarium eröffnen die 24. Donaufestwochen in der Kreimburg ihr Festprogramm. Musikalische Raritäten laden dazu ein, kaum bekannte Bühnenwerke alter Meister wieder zu entdecken. Die Donaufestwochen haben nicht nur die alte Musik als Schwerpunkt, sondern wir vergeben auch Auftragswerke, es gibt Uraufführungen und wir wollen schon auch ein Statement des heute abgeben und so, dass wir auch Komponisten beauftragen, eine Musik zu schreiben und speziell heute hören wir eine Uraufführung, ein Auftragswerk, das für historische Instrumente geschrieben wird. Das ist auch eine ganz seltene Zusammenstellung. Auf das freue ich mich schon ganz besonders. Verfasst vom international erfolgreichen oberösterreichischen Komponisten Helmut Schmiedinger bildeten die Klangreden für Blockflöte, Streicher und Cembalo, uraufführt von Karin van Herden als Solistin und dem Lorfeo Barockorchester den Auftakt für den musikalischen Reigen im Nibelungengau. Die Donaufestwochen im Strudengau sind zweisprachig aufgewachsen, denn was sie so erfolgreich machen, ist die Übersetzung alter Musik in die Moderne. Dadurch öffnet sie so manch musikalisches Schmuckkästchen. Wir haben sicherlich ein besonderes Projekt, was die Donaufestwochen betrifft. Wir sind eine Menge von Menschen, die leicht verrückt sind und mit sehr viel Engagement diese Donaufestwochen betreiben. Es sind mehr wie 2000 Stunden, die ehrenamtlich hier hineinfließen, dass diese Donaufestwochen möglich sind. Mit unserer Intendantin, die uns anspornet, die uns motiviert, beflügelt, ist das alles möglich. Es ist auch mir ein Anliegen, dass ich jungen Künstlern helfen kann, ein Podium zu finden. Es gibt so viele junge, großartige Künstler, die viel zu wenig drankommen können in so einem kleinen Land wie Österreich. Und das sehe ich schon als meine Aufgabe, einfach Künstler zu fördern. Ein ehrgeiziges Projekt, das einen waschechten Mostviertel dazu animiert hat, die Eröffnungsrede zu halten, den österreichischen Psychiater und Schriftsteller Paulus Hochgatterer. Ich wohne in Wien, aber habe natürlich meine Bezüge hierher. Das Elternhaus meiner Mutter steht in Rufweite der Ardacker Stiftskirche, wo die heuer ein Veranstaltungsort ist. Und das wird auch Thema sein. Und das Elternhaus meines Vaters steht in Saiseneck, das heißt in dem Ort, in dem Katharina Regina von Greifenberg, die auch Thema wird, heuer geboren wurde und gelebt hat, bis knapp vor ihrem Tod. Herzstück des Festivals ist traditionell die Opernproduktion auf Schloss Kreimburg. Heuer ist es Georg Friedrich Händl und sein Bühnenwerk Atalanta, das mit zahlreichen Überraschungen aufwarten wird. Wir haben tatsächlich ein virtuelles Bühnenbild. Sie müssen sich das so vorstellen, dieselbe Technik, die Sie vielleicht kennen von der Wetterfrosch, die irgendwie vor einer blauen Wand steht und dann sieht man eine Karte hinter ihm. So gaukeln wir auch ein virtuelles Bühnenbild auf die Bühne und die Sänger können in virtuelle Welten singen und wir können deswegen Szenen spielen, die man sonst auf der Operbühne gar nicht haben könnte. Zum Beispiel, bei uns spielt eine Szene von Atalanta tatsächlich unter Wasser. Und wir könnten für jede Szene in der Oper tatsächlich ein neues Bühnenbild bieten, die sonst mit den üblichen praktischen Techniken ein fast unmögliches Unterfangen wäre. Und ich wollte gerne diese Geschichte auf eine Art und Weise erzählen, dass die Zuschauer überhaupt nicht vorbereiten müssen daheim. Sie müssen nichts lesen, sie müssen sich überhaupt nicht in die Literatur irgendwie wühlen oder sich da stärk machen. Sie können einfach kommen und genießen. Premier wird am 4. August gefeiert. Dieser folgen vier Aufführungstermine bis 12. August. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017